Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder eure Mandy und heute zeige ich euch, wie ihr euch eine Badewanne selber basteln könnt. Alles was ihr dazu benötigt, seht ihr hier. Und natürlich braucht ihr auch noch ganz viel Pappe. Schneidet euch ein Pappe eurer Wahl zu, also von der Form her. Das kann ein Rechteck sein, ein Dreieck, ein Achteck oder ein Fünfeck. Ich habe mich für diese Form entschieden. Warum, wieso, weshalb, das seht ihr am Samstag im Video um 7.30 Uhr. Für die Badewanne verwende ich diese Ecke eines bestimmten Joghurtherstellers. Das ist dann die kleine Ecke, wo meistens diese Knusperflocken drin sind. Und hier an dieser Markierung kürze ich meine Badewanne. Als nächstes lege ich meine Wanne verkehrt herum auf die Pappe an der Stelle, wo ich sie später auch hinhaben möchte und umrande sie vorsichtig mit einem Bleistift. Anschließend schneide ich es vorsichtig aus und lasse mir dabei richtig viel Zeit. Für unseren Wasserhahn brauchen wir natürlich auch noch ein Loch und das setzt ihr euch dahin, wo ihr später euren Wasserhahn hinhaben möchtet. Als nächstes schneidet ihr euch Streifen zu, die genau die gleiche Höhe haben wie die Wanne. Diese klebt ihr anschließend mit Heißkleber ringsherum an der Kante eurer Pappe unten auf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe meine Pappstreifen ringsherum festgeklebt und so schaut es anschließend aus Nun müssen wir unsere Wanne nur noch in unsere Aussparung hineinsetzen Wer möchte, kann sie auch noch mit Heißkleber befestigen Dazu tragt ihr Heißkleber innen ringsherum an die Kante auf Wenn ihr damit fertig seid und euer Kleber gut ausgehärtet ist, beklebt ihr eure Wanne nun mit der Klebefolie eurer Wahl Ich habe mich mal wieder für meine Klebefolie in Mama Optik entschieden Ja, ich weiß, langsam wird es zu viel Aber ich finde sie immer wieder schön und deshalb nehmt es mir bitte nicht übel Natürlich brauchen wir auch noch einen Wasserhahn Dazu nehmen wir uns einen Streifen Alufolie und einen Zahnstocher Wickelt eure Alufolie vorsichtig auf den Zahnstocher auf mit der glänzenden Seite nach außen Wenn ihr die Alufolie aufgerollt habt, zieht vorsichtig den Zahnstocher heraus Damit uns die Rolle nicht wieder aufgeht, müssen wir diese nun mit Sekundenkleber befestigen Da fragt ihr bitte eure Eltern, ob die das für euch machen Verwendet vom Sekundenkleber wirklich bitte nur einen kleinen Tropfen Der klebt wirklich bombenfest und da müsst ihr wirklich ganz arg vorsichtig sein Mein Sekundenkleber ist nun trocken und ich habe mir die Enden schon schön abgeschnitten Nun müssen wir ein Stück von der oberen Hälfte umbiegen Dazu nehme ich ein Linear, dann haben wir eine schöne Kniekante Und so schaut unser fertiger Wasserhahn nun aus Für die Wasserhähne kalt und Warmwasser verwende ich diese Bastelperlen Die Bastelperlen sind doch sehr klein, deswegen verwende ich diese Pinzette Die Perle wird ganz kurz in Sekundenkleber eingetupft und anschließend an der gewünschten Stelle platziert Meine Badewanne ist fertig Ich hoffe euch gefällt mein Video Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben Ich verabschiede mich von euch und sage Ciao Ciao, eure Mandy Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil Videos von der Familie Mattes Und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren Damit du kein Video mehr verpasst dann geht es jetzt wieder um das Video mehr an Ich werde das Video mehr ansehen vor dem Video mehr ansehen Und dann geht es weiter zu noch mehr Und dann geht es weiter zu noch mehr Ob es ihr euch noch gar nicht falle? Ich werde das Video mehr ansehen vor allem